Mr. Spock ist tot. Der Schauspieler Leonard Nimoy ist im Alter von 83 Jahren in Los Angeles an einer schweren Lungenerkrankung gestorben. Jahrelang gehörte er zu den großen Stars von Raumschiff Enterprise. Der 1931 in Boston geborene Sohn jüdisch-orthodoxer Einwanderer aus der Ukraine sagte später einmal, Spock war die Rolle meines Lebens. Nimoy war auch als Regisseur, Produzent, Fotograf und Sänger tätig. Spock, in this case, do yourself a favor. Spock!